ok i mean i guess ja Zukunft ist ungewiss und falls meine WoW-Folgen auslaufen sollten bevor ich bevor mein Abo wieder erneuert werden kann dann tut das mir tatsächlich leid dann werde ich werde ich wohl Pufferwechsel und so was anderes weiterhin bringen müssen bis mein Abo wieder erneuert werden kann so dann bringen wir mal die Quest zurück geben wir mal wieder ab haben wir den Segen des Freundenfeuers Zeichen des Pforte wie geht es mit der mit der Verstärkung der Verteidigung des lebenden Heinz voran solange wir nicht wissen was die Arakower im Lush Versteck vorhaben und die Horde sich auf der anderen Seite der Klampe föhnt habe ich Angst dass wir unser neues Heim und unsere Arbeit nicht mehr verteidigen können wenn wir nicht bald handeln und da ihr die Verteidigung des Heinz verstärkt habt fühle ich mich viel sicherer ich habe euch mehr als nur unseren Dank und unsere Wertschätzung verdient mir gefällt gerade ein dass es da noch etwas gibt bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte düstere Lager jetzt da ihr die Verteidigung dezimiert hat ist die Horde auf der Suche nach Ersatz und glücklicherweise können sie äh nur hier können sie gleich in der Nähe finden können sie Dien gleich in der Nähe finden die Oga der Blutschläger in der Klammen im Osten unter uns halten sich selbst ein Rudel als Wachwunder ich war nicht sehr froh darüber euch Lust zu schicken um die Wölfe der Donnerfürsten zu töten lasst uns dieses Mal etwas anderes versuchen ich habe ein magisches Pulver aus dem Staub der von den Flügeln unserer Feindra hat hergestellt streut es auch die Terrorwölfe der Blutschläger damit sie für die Horde nicht länger interessant sind mögen euch die Sterne leiden ok also so 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 ich muss zuerst etwas anvisieren ich bin heute hier der Tankige Gehege alter Bis zum nächsten Mal. Der kann sterben. Ich brauche ein Ziel. Äh, 1T-Rawalsch brauchen wir noch. Und zack. Damit tun wir dann diese Questreihe auch fertig. Okay, Eber. Ach ja. Ist schon nicht alles leicht. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Nein, Urschon. Hattet ihr Glück da draußen? Ich weiß, dass es wegen der Augur des Blutschlägers sehr gefährlich ist. Aber wenn wir es vermeiden können, die Tiere zu töten, bin ich sehr froh. Ich bin froh zu hören, dass es geklappt hat. Je weniger Wesen in der Natur sterben müssen, desto besser. Ich muss sagen, dass ich euch nach all dem, was ihr für uns getan habt, ins Sets geschlossen habt. Gebt auf euch acht, Hydra. Elune, erleuchte euren Weg. Dankeschön. Oh Gott. Bis ich dachte, wir sind hier fertig. Aber dann bam. Guck, Dara und Nelle. Ja, Dara und Nelle. Gibt es Ärger? Äh, die Magie der Arrokal, der Lashan, ist unnatürlich. Sie reißt sich ganze Hände voll. Oder klauen voll. Ihre ganze Hände. Ihr ganz eigenen Fehlern als Reagenznager aus Aura. Für mich klingt das nicht gerade nach guter Magie. Ich bin hierher gekommen, um mehr über ihre Zauber zu erfahren. Aber näher an uns zu gehen, ist einfach eine Nummer zu groß für mich. Ihr könnt das jedoch schaffen. Wirkt ein ihrer Zauber auf euch selbst und kehrt dann zu mir zu. WTF? Ihr müsst ein ihrer Zauberbücher finden, das sich hoch oben in den Bäumen der Lashan versteckt befindet. Und falls ihr euch nicht irgendwo am Körper versteckte Feder wachsen müsst, ihr ein paar von ihnen sammeln. Was denn everloving F**k war das gerade? Äh, ein merkwürdiges Gebräu. No. Okay. Äh, okay. Wenn ich diesen Urlaub richtig beginnen will, brauche ich mir gutes Gebräu. Okay. Leider haben diese Elfen, keine Ahnung, von der hohen Kunst des Gebärgärens. Ja. Ich habe gehört, dass die Oger der Blutschläger in den Klammern ganz eine Menge davon auf Lager haben. Das will ich gerne versuchen. Gibt mir einen Gefallen. Wie tut ihr mir den Gefallen? Geht nach Süden durch die lebenden Hallen und dann nach dem Abstieg im Osten herunter zum Außenposten der Blutschläger. Und besorgt mir wenig davon. Ich habe gehört, dass größere Fässer davon rumliegen haben. Ihr Braumeister schenkt es an alle die anderen Oger aus. Gerne doch. Die Drachen ist der Miene oder sowas auch immer. Schön, dass es, schön jemanden zu sehen, der uns hier helfen will. Borgrem und ich gehören zur Forscherliga. Wir sind hier, um so viel von diesen Bergen zu lernen, wie wir nun können. Wir haben schon allerlei Geschichten darüber gehört. Ich kann kaum abwarten, hierher zu lassen, um meine Arbeit zu beginnen. Eine Sache hat mir meine besondere Aufmerksamkeit erregt. Die Nacht 1110 von einem Ort in der Klammen im Osten, der als Dranein-Histamine bekannt ist. Sie liegt am südlichen Ende des Außenpostens der Blutschläger. Ich hätte gerne ein paar der Kristalli, die dort wachsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.